Die Tanzgruppe wurde in 2002 gegründet. Damals haben die Erste und die Zweite Klasse der Grundschule getanzt. An dem Landesfestival haben sie die Qualifikation Silber und Gold erreicht. Später wurde eine Tanzgruppe mit Jugendlichen gegründet. Ihr Ziel ist, die Bräuche zu prägen. Die Mitglieder der Gruppe haben an einem Tanzkurs in Kürtlischen gegründet. Heute haben wir die Kürtlischen gegründet. Hier ist die deutsche Selbstverwaltung von Siegertseppmärkten. Ihr Programm für den heutigen Abend ist der Ujfalusi Körtlänz, Szent Ivani Körtlänz und der Kürtlösspräge. Die Leiterin ist die Lärika stell. Seit everyone Zeit. Ja, sie müssen heute leben, wegen den Treibysprägenos einer Kürtlösspräge. Irrein war er Quitterspräge. Musik 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 Musik